Herzlich Willkommen auf meinem Kanal, Marcel. Da ist erstmal mit der neuen Runde Minecraft Hardcore 2 So Wir sind letztes Mal hier auf diesem Berg gestanden gestrandet Wir müssen lang, wir müssen nach Hause Was ist das Ding? Wir müssen da warten in die Richtung Weil Wir müssen da haben Und es ist keine Lust zu versperren Mit dem ganzen Inventar Er ist dann eh weg, aber trotzdem Ich spiele aus dem Loot Looten haben Looten ist wichtig Looten ist gut Loot 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 So Ich mach es entweder in Zeitraffer Damit ich bis ich daheim bin Oder einen Cut Mal sehen wie es sich ergibt Und es ist dann gleich wieder Das klingt Bis zum nächsten Mal Los 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 Oh nein Wenn du den mit einer Schere anklickst Ver pretty Stoppt er die Sachen Ja man kann Feedback und dann gefilmt, gemerkt, schon. Ich will sagen, jetzt geht es weiter mit dem Cut. Loser Leuk, loser Leuk. scheiße scheiße wir haben doch keinen bock zu sterben mit den fünften folge einfach weg einfach weg 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 beste lösung meister immer weiter in Marseitophus 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 der Beste auf der Welt ja ich leke und die in der Welt und die die endlich zu hause zu hause zu hause zu party zu party das war endlich daheim was ist hier passiert hungernotstand das was mein dorf ist irgendwie glaubt es doch nicht mein dorf ist nur so es sieht sehr geblendert aus ich glaube ich darf doch noch weiter laufen das ist das was mein dorf ist das ist das was mein dorf ist Aha, drüben ist meins auf, ich seh schon mal eine Steigfassaktion. Hm. So, wo? Da bei sind. Ich weiß nicht, warum irgendwie macht das Spaß in meinen Krämpfen. Sie gehen so, Pisch, Taufschlag, Pisch, Taufschlag. Wenn ich ein Eis-Inventar habe, sammelst du ja das Auto mal auf Schimpf. Minimal. Minimal. So. Ich brauche mehr Ton. Eins, zwei, zwei. So. Wo? Ein jemand. Ich brauche, ich brauche. Ich frage einfach gar nicht nach allem. So. 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 Mein Bett. Eins, 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 eins. Ich hab vierunddreißig, verdammte. Ich hab vierunddreißig, verdammte. Ich bin mal zum Abo-Kill. So. Hallo. Leute. Hallo. Arbeiter. Da ist ein Farmer. Hallo. 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 Komm her. Hallo. Ach. Ne. Du. Du hast dich heute nicht brauche. Du musst ein Stück kaufen. Das brauche ich gerade. Mutter nicht. Und dann will ich kaufen und nicht verkaufen. Hallo. Hallo Bruder. Ich hab die Schlöter rein. Ich hab die Schlöter rein. Ich hab die Schlöter rein. Die Schlöter rein. So. Ähm. Boah. Schaut gut ob ich hier knischt die besten Händler. Aber hier fasseln Leute dazu. Haufen. Blöd. Doch, mehr essen. Versteh. So. Kuh. Macht nur. So. Ich muss ja eigentlich mal wieder mehr Bäume pflanzen. Und ausleuchten. Ja gut, ist ja keiner mehr zur Rechnerung gelaufen. So. So. Tup, tup. Tup, tup. Nicht so dringend. Jetzt singe. Oh, okay. Jetzt wieder an zu regnen. Der Bones ist wieder zu richtig... Ich kann es jetzt so richtig heißen, jetzt wieder richtig kalt bei uns. Ist doch immer so, es muss ja entweder extrem kalt oder extrem heiß sein. Anderes gibt es ja nicht so auf dieser Feld. Komm. 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 Tup, tup, tup. Blub, blub, blub. Tup, tup, tup. Blub, blub, blub. Ne. So. Hallo. Ne, 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 ne. Das wird nicht so. Gucken wir jetzt noch ganz hell. Wildbundel liegt irgendwo noch kurz ein Loch raus. Ozus summat uns den Kling ist. Entwere ganzacon views und drehen. Klingte 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 Kling'tsky. Also zальном Klingkte looks and CON familiar, dassel호 Rähti noch ohne Sauberbeckung ist. Also, die so ausmachen, dasselinformation lässt sich schnell und morgens Canyon ist. Tup, johnklingte Klingte 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 aus. losgerätungen unter nueools wärmer. Well, dache so Resort. Ich glaube, wer da raus holt, hinterirdisch. Ich habe mir irgendwann mal schon einen Klau, so so flächenmäßig. Ich muss sicher was machen. Achso, keine Angst. Hier wird keiner eingesperrt, keine Angst. Ich will, dass hier keiner eine Mauer gebaut hat. Oder möchte. Da muss man noch ein Sitzwasser hin. So. So, let's go. Ich mache jetzt hier noch schon das Feld, so. Vorhin ist das Feld ja einiges größer geworden, so. Mehr Essen, mehr Nahrung. So. Dann beginnen wir jetzt noch schlafen. So, hallo, hallo, lass mich ins Bett, hallo. So. Das ist schon verwirrend aus. Hilfe, bitte nicht. Willst du dich sagen, das war es mit der Folge. Ciao, Leute.